Spray in the Morning, Shade 4-5. Wir müssen darüber reden, was in Chicago abgeht. Alle ziehen sich dieses virale Video rein. So ein Typ mit dem Hoodie, den sie den Sensen-Mann nennen. Der hat den Hübschall gestoppt. Darf er sich wirklich über das Gesetz stellen? Er ist der neue Volksheld. Was ist mit dem Schütz? Sah aus wie ein Weißer. Ich liebe meine Familie. Doch als sie mich am meisten brauchte... Notrufzentrale. Da sind Männer, die brechen in mein Haus ein. Sie sind schon hier. Nein. ...hab ich sie nicht beschützen können? Ich wusste mal. Die Männer, die das getan haben, laufen immer noch frei herum. Sie können also nichts tun, verstehe ich Sie richtig? Wenn ein Mann seine Liebsten wirklich schützen will... Ich möchte eine Waffe kaufen. Muss er es selbst machen. Wir haben zu, Mann. Wer hat meine Frau getötet? Wer war noch dabei? Sonst weiß ich nichts. Ich glaub dir, Joe. Also tötest du mich nicht? Ich nicht. Die Schwerkraft. Bist du ins Kreuzfeier geraten? Der Eisverkäufer war's. Der Eisverkäufer? Die lassen dich nur zur Schule, wenn du für ihn arbeitest. Wer bist du? Dein letzter Kunde. Du bist kein Koch. Irgendwer muss es doch tun. Sie sind gespannt geladen und bereit zu rocken. Mal sehen. Man bezeichnet ihn schon als Schutzengel. Er hat mir das Leben gerettet. Sie sehen viel besser aus. Kommen Sie raus unter Leute? Nicht so oft. Egal, was Sie tun. Machen Sie weiter so. Okay, das mache ich.